Ich weiß, was geht manchmal. Moin Leute und was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Stream. Heute mit Leo, Devin und Leon. Moin. Moin. Es war Pim. Nein, das ist safe. Das ist safe. Snoopy. Snoopy. Ich hätte Leon mit beim ersten Ding einfach kacken. Weil er so scheiße ist, weil er so lange nicht mehr gespielt hat. Fünf Tage, Luca. Weißt du überhaupt, wie man das läuft? Ja, ich gehe aus dem Luxus aus. Ja, aber Lorenz, ich weiß die Stelle aus, wenn ich ein Vogel, Digga. Ich gehe das aus. Jeder hat sein eigenes Haus. Jeder hat sein Haus markiert, Digga. Das ist geil. Ich weiß nicht, welches ich markiert habe. WTF? Mein Bildschirm ist ausgegangen. Du hast es ganz linke, Lorenz. Digga, mein Bildschirm ist ganz linke. Ich gehe, ich gehe rakete. Ich gehe dahin, wo vorher die Rakete war. Digga, ich gehe jetzt nicht rakete. Digga, ich komme mal gar nicht mehr hin. Da musst du ja nicht allein da hin. Ey, geht... Ah, ne, jetzt woran? Digga, keine Ahnung, Alter. Nein, mein Bildschirm ist nicht ausgegangen. Mein Bildschirm wäre ausgegangen, wenn ich, ähm... Slack. Wenn man immer auf einmal drücken, ne? Darunter muss man auf einmal was drücken, ne? Jaaa... 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 Ey, Leo, der grüne Börst. So ungebot wie er von der Junge unterliegst. Ich liebe diese Waffe, Junge. Die sind heftig. Jaaa... Ich liebe... Ich liebe... Ich liebe... Ich liebe... Ich liebe... Ja, das ist echt so, Junge. Das ist die beste Waffe, der ja. Ach so, in zwei Tagen muss ich mir ja die dümmste. Das war... Das war Spaß, Junge. Wir hassen diese Waffe. Wir hassen diese Waffe. Vor allem ne graue, Junge. Das ist Luxus. Ey, mein Loot, Digga. Blaue Pum, Brianna, 94. So blaue, repetier's einfach. Ja, mein Loot, Alter. Oh mein Loot, Alter. Blaue Bigness. Grünes Mädchen. Und blaue Bands, Junge. Was für ein Loot, Alter. Was für ein Loot, Alter. Jaaa... Was für ein Loot, Junge. Was für ein Loot, Junge. Du weißt? Auch so ne graue Maschinenpistole? Habe ich. Leon weiß noch, wie man schießt, schießt? Auch ne grüne? Oh, ich weiß, das ist voll auch, wenn ich so probiere, Digga. Jaaa. Brauche ich. Oh, du liegt hier auf dem Dach, was? Liegt hier auf dem Dach, was? Liegt hier auf dem Dach, auf dem Dach, was? Liegt hier auf dem Dach, auf dem Dach, was? Ach, du süßer Taubsieb. Hat die gar nicht nur mit dem Wetter gestorben geworden? Ich kann nicht mit. Ich hab wohl eine gute Scheibe dieses Abwachscheiße. Da hab ich so ne neue Schotter. Da hab ich doch schon ne cooles Süßchen. Ja, Leon willst du ne Lechi Minigern haben? Da kannst du wenigstens sprayen. Wie dumme. Komm der und nimm, da kannst du richtig rein spammen in die Olga. Also. Reindrücken. Richtig reinziehen. Du hast doch zugerollert. Hä? Digga, ich hab dich doch nur gefragt, Digga. What the fuck? Wie Digga? Ich hasse Digga. Ja wer nicht? Digga, denk doch mal nach. Ich? Digga, die Zone? Junge, hier ist einfach gar nix. Ich hab ne graue Börse und ne grüne Tag, Junge. Ja! Ja, ich komm gleich! Wir haben noch keinen Hunger! Besser? Besser. Oh, wir haben gerade Pizza gegessen, Digga. Ja, ich muss gleich essen gehen. Oh, ich hab noch einen Kartoffelsalat. Ja, Digga, halt mal die Fresse, Alter. Du musst eineinhalb Stunden aufmachen, also. Wie ist das? Hallo? Gena? Was hab ich jetzt schon wieder getragen? Oh, Digga, halt einfach mal den Mund. Nur weil ich essen gehen muss? Lorenz muss ein bisschen fetter werden. Ich muss essen. Lorenz muss ein bisschen fett werden. Ich so, Lorenz muss ein bisschen Kilo zunehmen, weil... Weil er muss halt, ähm, Fußball besser werden, weil... Ich so, der Mann war richtig. Sonst wird er zu finden und die Schrauben nicht treffen, weißt du? Was? Lorenz, weil jeder kleiner Typ, der rammt dich beim Fußball um. Aha. Musst du ein bisschen trainieren gehen, dann kommst du jeden um, ja? Vor allen Dingen dieser Leon, Digga. Lorenz, komm mal her. Da gewinnst du auch endlich mal gegen Amy. Gegen Amy, Digga. Ist Leon stärker als Pyroquäcker? Nein, Digga. Wie oft ich Leon schon umgelegt hab, Junge. Ey, Leon. Ey, Leon. Soll ich dir mal sagen, was ich heute gemacht hab? Du bist auf die Presse flogen. Cool. Nein, Digga. Ich hab halt den Böller gezündet, Jungs. Ein Pyroquäcker. Wow. Und du hast nicht mal einen Böller, also. Soll ich fliegen? Ja, wir haben wirklich keine Eier mit zu Hause. Au. Oh, Moment. Was ist denn mit hier mal? Wir haben doch ein Ei und Schaus oder so. Komm, warte, ich warte hier. Ey, Leon hat doch keinen, oder? Ja, das stimmt. Ich hab' den Jungs. Ich hab' den Jungs vergessen. Was so gar alle gehen, Jungs? Junge, die Zone kommt. Guck doch mal an. Sei mal Birne. Leo, komm, die Flugzeug. Hier bei Nadik kann ich über ein Controller durch. Hier bei Nadik kann ich über ein Controller nicht, dieser. Ab und auf. Noe, Leo, jetzt komm mal. Ich will noch Scham zu kommen. Da, ich kann nicht laufen. Ich komme. Ja, wo ist... Geltner! Leo kommt, Devon! Leo kommt! Ey, Devon, zieh dich mal kurz. Musst du Schlabe-Kabel holen. Ja, ja. Ja, warte. Doch, ich hab... Oh mein Gott. Ich bin so schlau, Digga. Pfff. Deswegen schreibt man Laune 5. Spaß. Ja, Lurie, sag mal nichts mit deinem Vokabeltest. Der Junge ist auf nem Vokabeltest und keine Arbeit. War wertigkeitsweig geschrieben. Digger, warte, fack, ich hab ne 2 geschrieben, aber auch egal. Hast du gesagt, dass du nicht was? Ich hab 3, 2 geschrieben. Lass aufm Berg, lass aufm Berg, lass hier aufm Berg. Komm, wir gehen hier aufm Berg. Hallo, und da kommen einmal gleich hier so ein ganzer Trupp, und hütteln wir auflossiert und immer rennt uns. Ich so... Hat man ne MP für mich? Äh, in Snoopy lachen rüber. Ja, Devin, dann flieg mal ganz gering zurück. Okay. Ah, hier ist ne MP, hier ist ne MP. Ich möcht, ich möcht. Können die Granaten oder Bands mitnehmen? Geil, ich kann Granaten mitnehmen. 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 Oh mein Gott. Ich kann die Granaten mitnehmen. Nimm mal Medkit mit Leon. Nimm mal Medkit mit. Ich will die Granaten. Ich will die Granaten. Ich will die Granaten. Ich hab schon 6 Granaten. Ich hab auch nicht gelandet, Digga. Liegt der in einem besseren Strombewehr? Nein, ich möchte hier. Weil ich hab nur noch... Ich hab nur noch Revolver. Ich hab 6 Granaten mit Rubis weggelegt, weil... Und ich hab graue Stuben, ja. Ich hab ne grüne Seine warm. Jungs. Komm, lass alle in ein Flugzeug gehen. Hier, komm. Vielleicht leben die niemand mit grauen Seine, weil sie hier in eine... Äh, Revolver. Lass alle in eins gehen, das ist super. Ja, komm von hier rein. Wir sind schon drinnen hier. Devin. Devin. Leon, komm rein! Er hat nicht lacht, nur Sniper. Komm. Warte. Oh! Nee, Devin, komm hier rein. Wait, geh nach, ich schlug deinen. Junge, da schlug sie mir jetzt weg! Das ist einer, das ist einer. Warte, ich guck da. Ja, das ist einer, also. Das war einer. Bäh, DAS! ich bin das ich bin als flugzeugkommando ich hab kein trottet abhörst du hast du wohnert schon wieder von hinten digga scheiß wichser digga bei mir ich habe noch eingeholt ich wusste ich soll im flugzeug bleiben ich habe einen geholt man hat die anderen gegnern nur gesehen die kommen immer wieder hinterm baum aus dass sie hoch ne das regt so auf echt so jung und dann feiert einmal ne es gibt so die konzert heute sind hasse ich vor allem ein weiter ich habe schon wieder drei leute genockt und dann bleibt ja alle tot ich habe ein gedocke zwei jahre hits gegeben da haben wir drauf nicht ja kann wir machen aber schon so ich habe ich habe zwei low geschossen ich habe den 104 100 vierer und 95 rechte raus wäre es ist zwei leute genockt und noch ein genockt ich habe ein gelockt ein geschenk ein geschenk ein geschenk der deine namen kann ich woher was ich hab keinen bock heute zu essen als ihr wisst gar nicht wie ich kein hunger habe es glaubt ihr nicht nachher und ich habe sogar fragt der mutter weg gibt kann es mehr ich gehe nicht zum abendbrot kein hunger dann später habe ich schon und jetzt habe eine älteste hat schon kommen kann er wird auch bei mir so sein und ich will mir da einfach meine eltern meine eltern gehen immer noch was dann ich werde dann einfach sagen ja junge wenn ich hunger aber es sich was und ganz ehrlich ihr braucht mich auch nicht immer voll mutieren und ich bekomme kein ps4 verbot dann ich glaube ich erst ein bisschen was nachher weil ich habe gerade gar kein hunger einmal kann man das doch machen weil leute ferien sind dankeschön mama du bist die beste die schweiz auf die frische und gleich so bei leon und gleich so gleich so zu lorenz mama jimson cola naja cola 10 minuten später mama ich habe zu hoher also der letzte hangar rechts ist das glaube ich und dann links direkt auf dem ding menschen sind abstoßend und sehr kacke an dieser doch der linke und drück ich halte ich spiele ich habe ganz ehrlich alter die spielbox nicht mal ich hasse über alles über ich habe auch kein gewalt hast du einen scheißdreck der winder kann das hier wenn du wieder da irgendwie hingehst was ist passiert ich bin schon wieder hoch und aktiviert lorenz fahrmann akku einer mit dem vater gesagt hat ein hat wie sexy noskop hit mit schraubendreher ich habe geschenkt kriegt das leon ich habe ja mal da kommt nur dort ab kann was werden ja ich habe schon alle gehörte mit der diegel also von daher ich habe zwei gehörte also ich hab dich gehörte du hast gar kein gehörte also das schreit spiel wieso spaß herr weg aber los hier wobei ich wiederhole genau das meine ich genau das meine ich jetzt ist kann ich noch und zu sterben war ich habe den ganze gehörte er will ich mich selber jetzt ist gerade wieder diese phase wo ich kann bock mal haben mit leon silvester zu feiern guck mal nach links bleib mal stehen guck da oben da oben auf dem regal auf real ich habe real überstanden lorenz hast du ihn nicht holen nein ich weiß gar nicht da ist gar keiner ich bei mir ist du bist du bist auch nicht mal so weit ich bin einmal quitt ich quitte einmal ganz kurz und gehen einmal hin ja ja ich bringe noch ins wasser ja ist das ist ok ich muss essen man musst du ja die minute lorenz meine kassi leon ist meine küsse etwas weiter und die geistung und zu woher sich hat gar nicht kommt aber wir uns mitnehmen ab abettkühlt ich hab mit geht ein ein wo der scheiß wird wieder da allerdings ja was ja ja ich muss auch erstmal zu dir kommen Leon flugzeug glaubt noch geflogen ich hab durch seine beine geschossen die es gibt er zeigt die jetzt auf dem Weg der junge spielte kacke alter ich habe Flugzeug er spielt so sweaty alter ich habe Flugzeug jetzt ich spielte so sweaty alter ab wie du bist du scheiße der auf einmal kamer der hat nur so krassen mitgegeben der Kitzel oder war in dein Inventarion oder oder zwei Kitzel schlugen wir nach vorne dann shotgun dann MP und dann Cyber schlugen wir ach nicht okay wird man mir nicht angezeigt dann wird so schlecht ja ja Schussballons okay hallo 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 sie muss wieder kommen da ist da ist die Kiste da kommt wie so ein sweaty Gegner alter spielt so behindert alter er kann ganz in der Base wartet da ich habe mich ich habe mich so gegeben die ganze Zeit hier hast du aufgaben fertig ich habe ein paar aufgaben gemacht ja aber weil ich habe ja Pause gemacht dann muss ich das musste ich halt weil ich 5 geschrieben habe okay warum hört mir die das ständig an weil das ist ein Banner in woche 2 woche 2 woche 3 woche 3 woche 3 ich weiß wo er ist ich auch aber mir wird er nicht angezeigt ich habe die woche 1 erster Hangar links und da ist das Regal ich weiß ich wollte ja nur sagen ich weiß wo der ist aber der wird bei mir nicht angezeigt im hinterlagor oder so darf mir noch bis jetzt nicht fertig ist du hast versucht bei mir m Super! Super! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020